Yin-Doc-Project, das angstfreie Leben-Programm für Hund und Mensch Für wen ist das? Für Menschen mit Angsthunden, die ihrem Hund nachhaltig helfen wollen, seine Ängste zu überwinden, die wissen, dass sie selbst Teil der Lösung sind, die ihrem Hund auf Augenhöhe begegnen, seine Grenzen respektieren und auf Kooperation statt Konditionierung setzen. Bist du das? Du kannst mit deinem Hund nicht in den Park oder ein Café gehen, weil dein Hund Angst hat vor Fremden, vor anderen Hunden, Alltagsgeräuschen oder Gegenständen. Du kannst deinen Hund nicht anfassen oder anleihen. Dein Hund wird krank durch Angst und Stress. Und du weißt nicht, wie du deinem Hund helfen kannst. Das klassische Hundetraining in den normalen Hundeschulen hat euch nicht weitergeholfen, sondern alles nur schlimmer gemacht. Du möchtest nicht mit Unterdrückung, blindem Gehorsam oder Ablenkung arbeiten, weil du weißt, dass das nicht die Lösung des Problems ist. Du weißt, es muss auch anders gehen, nachhaltig und stressfrei. Mein Versprechen an dich Mit dem Angstfrei-Leben-Programm helfe ich dir und deinem Hund, ein starkes Team zu werden. Dein Hund vertraut dir blind. Du weißt, wie du deinen Hund in schwierigen Situationen unterstützen kannst. Du bist selbstbewusst und sicher im Umgang mit kritischen Situationen oder mit Menschen und kannst Grenzen setzen. Du kannst dich und deinen Hund jederzeit schützen und führen. Dein Hund fühlt sich bei dir sicher. Du möchtest mehr wissen über das Angstfrei-Leben-Programm? Dann nutze das Kontaktformular unter diesem Beitrag und schreibe mir. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.